Hey, 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 wir sind die LeoDG. Unsere diesjährige Ballermann-Party musste leider ausfallen, denn zurzeit ist nix mit feiern. Aber wir lassen uns die Laune nicht vermiesen und machen Party in den eigenen vier Wänden. Natürlich mit der besten Musik von und mit dem Ballermann-Radio. Wir grüßen euch und sehen uns hoffentlich bald gemeinsam auf der nächsten Ballermann-Radio-Party in Leopold Söhr. Wir machen laut! Wir machen laut!